»Wölfe?« fragte Reyna, als Nikoir und Hedge seine Träume und seine Begegnung mit Hades beschrieb. »Die meisten Wölfe sind Römern freundlich gesinnt. Ich habe nie gehört, dass Orion mit einem Rudel jagt. Vielleicht hat Hades keine echten Wölfe gemeint. Jedenfalls sollten wir aufbrechen, so wie es dunkel ist. Was meint ihr? Wird Camp Halfblatt auf den 1. August warten oder werden sie eher angreifen?« »Wir können nur hoffen, dass sie warten«, sagte Niko. »Wir können die Statue nicht schneller hinbringen.« Ihm machte Hades Behauptung Angst, dass einer der sieben sterben würde. Er durfte Hazel nicht verlieren, nicht noch eine Schwester. »Kann es sein, dass wir das missverstanden haben?« fragte Reyna. »Es könnte Lupas Wölfe sein, um uns vor Orion zu beschützen.« »Ich dachte, sie hätte deiner Legion Wölfe zur Hilfe geschickt.« »Lupa würde Octavia nicht helfen. Aber das ist noch nicht alles. Ich konnte Hüller nicht erreichen. Es macht mir Sorge, dass Wölfe und Amazonen verstummt sind. Die einzige Hoffnung beider Camps ruht auf uns. Wir müssen so schnell wie möglich die Statue hinbringen. Die größte Last ruht auf deinen Schultern, Son des Hades.« Niko mochte Reyna. Aber er wurde so oft aufgefordert, Unmögliches zu schaffen. Und wenn er es geschafft hatte, wurde er wieder vergessen. Wie nett waren die Leute im Camp Halfblatt nach dem Krieg gegen Kronos gewesen. »Toll gemacht, Niko! Danke, dass du die Armeen der Unterwelt hergebracht hast, um uns zu retten!« Aber nach einer Woche war er schon nicht mehr willkommen. Die Leute fuhren zusammen, wenn er hinter sie trat. Es war auch keine Hilfe gewesen, dass Annabeth und Percy ein Paar geworden waren. Niko erinnerte sich an sein Gespräch mit Annabeth, ehe er mit der Athena aufgebrochen war. Sie hatte ihn beiseite gezogen und gesagt, »Du, ich muss mit dir reden.« Panik hatte ihn ergriffen. Sie weiß Bescheid. »Ich möchte dir danken,« hatte sie gesagt. »Bob, der Titan, hat uns im Tartarus nur geholfen, weil du nett zu ihm gewesen warst. Du hast ihm gesagt, wir wären deine Freunde. Nur deshalb leben wir noch.« Sie sagte »wir« so natürlich, als ob Percy und sie unzertrennlich wären. Niko hatte mal Platons Text gelesen, in dem stand, dass in alten Zeiten alle Menschen männlich und weiblich zugleich gewesen waren. Jeder hatte zwei Köpfe, vier Arme, vier Beine. Diese Doppelmenschen waren so stark gewesen, dass die Götter nervös geworden waren. Deshalb hatte Zeus sie gespalten, in Mann und Frau. Seitdem fühlten die Menschen sich unvollständig und suchten ihr Leben lang nach ihrer anderen Hälfte. »Wo bleibe ich in dem Ganzen?«, hatte Niko sich gefragt. Es war nicht gerade seine Lieblingsgeschichte. »Vielleicht kannst du mir noch einmal deine Kraft leihen, Rainer. Der nächste Sprung wird der weiteste sein. Ich muss genug Energie aufbringen, um uns über den Atlantik zu bringen.« »Du wirst es schaffen«, versprach Rainer. »Und wenn wir«, ihre Hunde sprangen auf. Ehe Niko auf die Füße kam, tauchten auf allen Seiten Wölfe auf. Schwarze Bestien umzingelten ihren Lagerplatz. Der Größte kam auf sie zu, stellte sich auf die Hinterbeine und fing an, sich zu verwandeln. Seine Vorderbeine wurden zu Armen. Seine Schnauze schrumpfte zu einer spitzen Nase. Sein Pelz verwandelte sich in einen Umhang aus Fällen. Er wurde zu einem Mann mit hagerem Gesicht und leuchtend roten Augen. Mit einer Krone aus Fingerknöcheln um fettige, schwarze Haare. Sein Grinsen entblößte spitze Hautzähne. »Ihr werdet hierbleiben. Für immer. Denn meine Wölfe sind echt.« »Du bist nicht Orion«, rutschte es Niko heraus. Der Mann vor ihm war kein Jägerriese. Er war nicht groß genug. Er hatte keine Drachenbeine. Und er hatte nicht die Scheinwerferaugen, die Rainer aus ihrem Traum beschrieben hatte. Der graue Mann lachte. »Nein, bin ich nicht. Ich helfe Orion bei dieser Jagd. Ich bin Lykaon«, fiel Rainer ihm ins Wort. »Der erste Werwolf.« »Rena Ramirez Areano. Präthorin Roms. Es freut mich, von dir erkannt zu werden. Zweifellos bin ich der Stoff, aus dem deine Albträume sind.« Rainer zog ein Klappmesser hervor und öffnete es. »Der Stoff, aus dem meine Verdauungsstörungen sind.« »Ich reise nie ohne eine Silberwaffe.« Die Wölfe wichen zurück. »Willst du ein Dutzend Wölfe und ihren König mit einem Klappmesser in Schach halten? Ich hätte nicht gedacht, dass du töricht bist.« Rainers Hunde kauerten sich nieder, bereit zum Sprung. Hedge packte seinen Baseballschläger. Niko fasste nach seinem Schwertgriff. »Mach dir keine Mühe«, knurrte Hedge. »Diesen Burschen können nur Feuer oder Silber etwas anhaben.« Niko versuchte sich, einen Fluchtplan zu überlegen. Sie waren umstellt und in der Minderheit. Die Athena lag zehn Meter über ihnen und selbst wenn sie sie erreichten, würden sie nicht Schatten reisen können, solange es nicht dunkel war. Aber die Sonne würde erst in Stunden untergehen. »Also, ihr habt uns jetzt.« »Worauf wartet ihr noch?« Er trat vor. »Lykaon sah ihn an wie ein Stück Fleisch in der Theke eines Metzgers.« »Leider kann ich euch nicht umbringen. Ich habe Orion versprochen, euch aufzuhalten, bis er eintrifft. Er müsste jeden Moment hier sein.« Das Gras zu Nikos Füßen starb ab. Die Ringelblumen verwelkten. Er dachte an die Skelette in der Knochenkapelle und daran, was Hades über diesen Platz gesagt hatte, wo Hunderte lebendig verbrannt worden waren. Wie viele Tote mochten im Boden unter seinen Füßen liegen. »Trainer«, sagte er, »klettern Sie zu der Statue und bringen Sie das Geschirr an. Machen Sie eine Strickleiter und werfen Sie die herunter. Rainer, du deckst mit deinen Hunden unseren Rückzug.« »Verstanden«, die Prätorin nickte düster. Lykaon heulte vor Lachen. »Rückzug! Es gibt keinen Ausweg. Ihr könnt uns nicht töten.« »Das nicht«, sagte Nico. »Aber ich kann euch aufhalten.« Er hob die Hände und der Boden explodierte. Eine Mauer aus Knochen wurde zum Himmel geschleudert und umschloss die Wölfe wie eine Dornenhecke. Lykaon steckte in einem Kokon aus Rippenknochen fest. »Ich werde dir das Fleisch von den Gliedern reißen.« schrie er. »Trainer, los«, rief Nico. Der Satyr kraxelte den Pfeiler hoch. Zwei Wölfe konnten sich aus dem Knochenkäfig befreien. Rainer warf ihr Messer und durchbohrte den Hals des einen. Ihre Hunde machten sich über den anderen her. »Den Göttern sei Dank für Silberhunde«, dachte Nico. Rainer zog ihr Schwert, schnappte sich ein paar Silbermünzen aus Hedges Mütze, riss Klebeband aus seiner Vorratstasche und klebte die Münzen an der Klinge fest. »Los«, sagte sie zu Nico. »Ich decke dich!« Die Wölfe kämpften und ließen das Knochendickicht ächzen. Lykaon befreite einen Arm und fing an, sich freizukämpfen. Nico rannte los und hielt nur kurz, um Rainers Messer aufzuheben. Er fand eine Treppe am Tempel und jagte hoch. Am Fuß der Säulen schaute er zu Hedge, der zu den Füßen der Athena Seile abwickelte und eine Leiter knotete. »Beeilung!« schrie Nico. Unten auf dem Platz brachen weitere Wölfe aus ihrem Käfig aus. Rainer schleuderte sie mit ihrem Münzenschwert beiseite. Aurum fauchte und schnappte frustriert, weil er dem Feind nichts anhaben konnte. Argentum schlug seine Krallen in den Hals eines Wolfs. Lykaon befreite den zweiten Arm. Nico wusste nicht weiter. Das Herbeirufen der Knochen hatte seine Kraft verbraucht. Er würde seine verbliebene Energie für die Schattenreise brauchen, falls er einen Schatten zum Reisen fände. Einen Schatten. Er musterte das silberne Taschenmesser. »Rainer, komm rauf hier!« schrie er. Sie rannte los und verlängerte ihr Schwer zu einem Speer, mit dem sie sich hochstemmte. Sie landete direkt neben Nico. Von oben warf Hedge einen Strick herab. »Wenn du oben bist, halt dich am Strick fest!«, sagte Nico zuerst. »Rainer.« Sie kletterte los. Aurum und Argentum waren nirgendwo zu sehen. Entweder hatten sie sich zurückgezogen oder sie waren zerstört worden. Lykaon befreite sich mit Triumphgeheul aus seinem Käfig. »Du wirst leiden, Sohn des Hades!« »Sonst noch was Neues?«, dachte Nico. Er fasste das Taschenmesser fester. »Dann hol mich doch, du Köter!« Lykaon sprang. Nico schloss die freie Hand um die Strickleiter und konzentrierte sich. Als der Wolfskönig über ihn herfiel, stieß Nico ihm das silberne Messer ins Herz. Die Wölfe heulten im Chor auf. Ihr König bohrte Nico die Krallen in den Arm. »Mach dich nützlich, Hund!«, fauchte Nico. »Zurück in die Schatten!« Lykaon verdrehte die Augen und löste sich zu einer Lache aus Finsternis auf. Von einem nahegelegenen Dach brüllte eine donnernde Stimme. »Haltet sie!« Nico hörte den Ton einer angespannten Bogensehne. Dann verschmolz er mit der Lache aus Lykaons Schatten und nahm seine Freunde und die Athena Parthenos mit. Er glitt in den kalten Äther und hatte keine Vorstellung, wo er wieder auftauchen würde. Kalt, »Hund einig, das ist ja nicht mehr, wo er wieder auftauchen würde.« Untertitelung des ZDF, 2020